Ja, hallo Leute, hattet ihr ein schönes Wochenende? Ich hoffe schon und es könnte jetzt noch schöner werden, denn heute gegen 4 Uhr startet mein Livestream zu Splatoon und zwar spielen wir dann die dritte Amiibo-Figur, ähm, deren Missionen. Ähm, ja, starten wir das Ganze natürlich auch wieder um 4 Uhr und das geht über 2 Stunden, wir werden eine 10-minütige Pause einlegen, wie gesagt, ihr findet alles in der Kanalschreibung und dann möchte ich mir noch ankündigen, dass nächste Woche die Splatoon-Woche beginnt und das soll eine Woche sein, die sich mehr mit Splatoon befasst als mit anderen Spielen. Das ist ein Format, das ich jetzt einführe und das so, ja, in geregelten Abständen mal immer wieder auftaucht, solche Themen-Woche. Das erhält den Kanal dann ein bisschen am Leben und, äh, ja, je mehr da mitmachen, desto mehr Spaß haben wir zusammen. Ich freue mich für alles, was von Support von euch kommt und ich hoffe, ich kann euch ein, ja, ein ganz toller Kanal hier bieten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal oder vielleicht sogar heute um 4 Uhr. Auf Twitch natürlich.